In diesem Film ist der Westen nicht romantisch und edel, die Helden nicht heldenhaft und mutig. In diesem Film ist der Westen grausam, die Helden feige und habgierig. Du wirst nicht weit kommen, Luchs! Feuer! Alles, was Menschen einander antun können, an Verbrechen, Grausamkeiten und Qualen, geschieht in einem kleinen Ort nahe der mexikanischen Grenze. Dieser Ort ist die Hölle. Warm, habt ihr warm mit mir. Gebt mir meine Zigarre zurück. Wenn du leben willst, töte. So lautet das Gesetz, nach dem hier gehandelt wird. Es gibt keine Menschlichkeit. Nur Gewalt, Feigheit, Begierde, Mord und Totschlag. Mit einer Hand voll goldener Kugeln zerschießt Django seine Feinde. Er durchlebt diese Hölle bis an die Grenze des Erträglichen. Gelieb, vergib es ihn. Ich will nicht, dass ich hier was antun. Raus bei dir, verdammtes Lund. Lass ihn in Ruhe. Eiskalt und unerbittlich vollzieht Django seine Rache. Eine Parabel der Unmenschlichkeit, Gemeinheit und Rohheit. Ein Inferno von Brutalität. Habt ihr und Mord. Ein Western, wie es ihn noch nie gab. AAAAAA! 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 Untertitelung des ZDF, 2020